Es ist nicht schön, wenn man mit dem Motorrad verunglückt und dann noch ein Radfahrer ätzende Worte von sich gibt, wie zum Beispiel der Polizei mitteilt, jetzt noch richtig abkassieren. Genau so einen Vorfall gab es hier am Sonntagvormittag, den 13. September 2020. Gegen 11.46 Uhr hat sich hier auf der Kreisstraße zwischen Kürnberg und Gersbach ein schwerer Motorradunfall ereignet. Es ist ein öfters Minatorstuhl. Geh es nicht abkassieren. Hau weiter. Es ist ein öfters Minatorstuhl. Hau weiter. Es ist ein öfters Minatorstuhl. Hau weiter. Es ist ein öfters Minatorstuhl. Hau weiter. Hau weiter. Hau weiter.